Rückenbauen, Verständigung, Begeisterung, Toleranz, Europa. I am thinking of cooperation, Kraftakt, Excitement, Success. Jeder Mensch macht Kultur. Die Grundzüge des C-City-Projekts sind, dass ein Projekt entsteht von der Graswurzel bis hin zu der Projektrealisierung auf Augenhöhe. Die Beteiligten sind unsere Partnerstädte. Châteauroux in Frankreich, Broxel in England, Graudenz in Polen und Verlun in Schweden. Wir beteiligen Menschen aus den Städten an der Projektentwicklung. Sie sind letztendlich das Herzstück nachher am Ende dieses Projektes. Ein gemeinsames Europa, von uns allen mitgeschaffen, mitkreiert, nicht fremdbestimmt. Ich finde das großartig und ich finde auch nicht, dass Gütersloh dafür weniger geeignet ist als andere Städte oder dass nur große Städte sowas machen können oder machen sollten, weil ja die Perspektive aus diesen Mittelstädten eine ganz besondere ist. Und das ist ja auch die Idee, die hinter diesem Netzwerk steht. Also es ist ein lebendiges Netzwerk, das erstmal natürlich initiiert wird und das aus Gütersloh, aber letztendlich ist es ein Geben und Nehmen, ein konkreter Austausch, der in viele Richtungen geht. The differences between us make us very open-minded people, so we can be different in such a beautiful way. And the culture connects us. It's a large connector between people. Ich würde mir wünschen, wenn die Städte den Mut aufbringen und die Lust entwickeln, an diesem Projekt teilzunehmen, sich zu öffnen, die Chancen zu erkennen, hier Teil eines großen europäischen Kulturprojektes zu sein. Und ich glaube, dass jede Stadt davon einen großen Gewinn mitnehmen wird. Und das ist keine Kultur, die nach Katalog bestellt wird, sondern das ist Kultur, die von unten wächst und von denen die Städte sehr stark auch für ihr Leben in der Stadt profitieren können. Promotiv international understanding, promoting international culture, promoting that dialogue is the key way forward for us. And this is a great way of expressing that. And I very much look forward to working collaboratively with you, with your partners, and I hope other groups will, and other cities across Europe, will join this event. I'm sure that we will have the benefit of cooperation, both with international partners, but also cooperation in this local area between different actors. Wir möchten einerseits den Bürgern von Chateauroux die kulturelle Vielfalt der anderen Länder nahe bringen, für uns sehr wichtig, und andererseits den teilnehmenden Partnern unsere besonderen Eigenschaften im Hinblick auf Kultur und auf unsere Identität zeigen. Kultur ist eben alles von Menschen gemachte. Das heißt, natürlich wollen wir die klassischen Spaten ansprechen, die Musik, den Tanz, die bildende Kunst, die schreibende Zunft. Letztendlich ist jeder aufgerufen, mitzumachen und sich einzubringen, wenn er denn eine konkrete Projektidee hat. Stand jetzt haben wir acht Bildungsprojekte in unseren Überlegungen, die wir anbieten können im Rahmen von C-Cities. Das sind viele Projekte, die kulturelle Bildung und politische Bildung zusammenbringen und kulturelle Bildung und den europäischen Gedanken zusammenbringen. Unser Plan ist, dass wir die Veranstaltungen, die wir hier vor Ort, auch für die Menschen hier anbieten, so mit den anderen C-City-Städten vertan sind, dass dort parallele Veranstaltungen laufen, zum Beispiel, wenn wir über das kreative Schreiben reden, ist unsere Idee, dass wir hier kreative Schreibkurse haben mit einem bestimmten Thema und in den anderen Städten auch mit dem gleichen Thema, so dass nachher auch viel Output entsteht in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen, der für alle Menschen in allen Städten zugänglich gemacht werden kann. Die Verbindung zwischen den Menschen ist, was wir in diesem Projekt wollen, dass die Menschen mit einem anderen zusammenkommen können, wegen der Kultur, der Musik, der Kunst, der Theater, dem alles, das wäre wirklich schön. Im Kulturbereich wird die Sparte Musik sehr stark vertreten sein und da gibt es eine konkrete Projektidee, die jetzt auch schon geplant wird, und zwar die gemeinsame Umsetzung mit den C-Cities-Städten von der Kinderoper Policino von Hans-Werner Henze. Das ist ja ein Sohn der Stadt Gütersloh. Und dieses Projekt Policino passt natürlich gut zu unserer Idee von C-Cities, weil wir ein Projekt machen können, zu dem es mehrere Kooperationspartner braucht. Also man kann zum Beispiel den Chor besetzen mit Kindern aus Schweden, mit Kindern aus England, mit Kindern aus Frankreich, mit Kindern aus Polen. There is no better way of communicating than through culture and music. It knows no barriers. Wir sind hier in Chateau der Meinung, ein derart Anspruch. Das volles kulturelles Programm sollte sich vor allem auch an unsere Jugend richten. Das ist für uns sehr wichtig. Und so kam uns die Idee eines gemeinsamen Kors, bestehend aus Jugendlichen aller beteiligten Städten. Ich wünsche mir von unseren Partnerstädten für C-Cities, dass sie wirklich Feuer fangen, dass sie die Chance sehen, die sich da ihnen bietet, nicht etwas Vorgefertigtes mitzumachen, sondern etwas gemeinsam zu gestalten. Wir wollen genau, dass Kultur hier der Treiber ist, diese gesellschaftliche Diskussion nicht nur in dem eigenen städtischen Umfeld zu führen, sondern genau in diesem Austausch mit den europäischen Partnern, die vor denselben Fragestellungen stehen. Ich denke über das C-City-Projekt, dass es eine große Chance ist, dass es auch einen Zauber hat und dass es ein lohnenswertes Ziel ist, sich hierfür einzusetzen. Alle. Schön wäre, wenn vielleicht andere Städte sich animiert fühlen, ein ähnliches Projekt zu entwickeln und durchzuführen, dass das nicht nur jetzt auf Gütersloh mit ihren Partnerstädten beschränkt bleibt, sondern weitergetragen wird, dass es ein europäisches Projekt wird, auch mit anderen Städten. Ich glaube, dass wenn wir zusammen daran arbeiten, dass wir doch Erfolg haben können. People want to be involved. They want to have this exchange. They want to work together in cooperation, in mutual understanding, for the mutual benefit. And if Gutzloh are going to lead on this, then we will help and support in every way that we can. Wenn wir das verwirklichen könnten, ich glaube, das wäre etwas Schönes. Solidarität, Connection, guter Job. Ich glaube, dass wir mit der Stadt Gütersloh, mit unserem Partnerstädten, da besonders gut aufgestellt sind. Und ich finde, die Idee ganz toll. Und ich finde, die Idee ganz succick, Untertitelung des ZDF, 2020